und wir sind wieder da bei was wo sind wir genau might and magic du es oft champions genau so ich hab hier gesehen wenn man auf kampagne drückt 1 von 5 ich hatte ja ein spiel gespielt hat mir gar nichts gebracht ich gehe jetzt mal davon aus wenn die sagen hier ist das frei wieso ist das frei ich habe gerade ein ein schnelles duell gemacht und wurde sehr beschämend besiegt ja und jetzt hier was freigeschaltet ich dachte ich muss alles machen da stand glaube ich ich muss das machen und ein schnelles duell spielen freundschaftsanfrage soll ich hinzufügen ich weiß es gar nicht was ich habe mir das weggedrückt ich weiß nicht was passiert so ihr habt vorstellung verbracht ein schnelles duell gespielt ach hier wie ein pirat im wald freigeschaltet ja freundes liste anfragen er ist stufe 5 ich füge ihn einfach mal hinzu ich habe keine ahnung was das bringt so jetzt anscheinend mein freund jawohl da ist er ok aber das wollte ich nicht so ein pirat im wald was macht denn der wald so ok das spiele ich einfach mal da kriegt man auch wieder ein bonus pack anscheinend tja da ist er crack ist es gut dass der kostet aber 4 der kann ich kämpfen 23 ja kann ich machen was bis zum ende einer runde erhalten alle kreaturen ok so ein habe ich moment mal was bräuchte die brauche einen einen habe ich ich brauche macht so ein habe ich schon mal da spiele ich einfach mal die genau tja wir mal gespannt was der so kann die zeitenherrscherin der wollen so zwei habe ich steige meine macht noch mal da kann ich schon den quellgeist spielen genau die braucht drei er braucht 3 1 und der bruch hier aber kostet sowieso an der den kann ich jetzt nicht so okay damit der gar nichts das bringt mir gar nichts so die braucht 5 1 und ist stark ja so hat er bessere aussichten auf den sieg denkt da noch mal macht steigern jetzt habe ich vier das reicht so ach die schneefrau immun gegen vergeltung ja ich bin jetzt gleich mal hier die kann nicht angreifen der wassergeist ja so wunderbar nach wenn ein nächstes mal angreift dann ist er schon tot ja so schnell kann es gehen was er stärkert sein was sind das der ritual wert ich weiß gar nicht wie das heißt durch jetzt erstmal mein magischen wert hier den kann ich nämlich schon spielen genau der kostet vier genau den kann ich spielen da geht er hin jetzt kann ich mal konnte nicht er konnte nichts machen das blöd für ihn das ist ja blöd für ihn so sie den hagelsturm nehmen dann greife ich hier mal an zack und direkt hat er nicht auch mit 20 gestartet wieso hat er jetzt so wenig ist denn da los das ist ja sehr fragwürdig da hat er angegriffen wird und ein erzwein einer reihe online kann ich ihn nehmen den kann ich ja vollefälle spielen die bringt mir nicht so viel 46 kann ich die schon spielen da bräuchte macht mehr die gezeiten hüterin jawohl geht was kann die machen ein verschiebene kann die ein verschieben so er kann immer noch nicht angreifen ihr kann angreifen kann beide angreifen ja da sich gerecht andersrum wäre schlauer gewesen wahrscheinlich so drei siegt wunderbar guck dir mal den an da hat er so eine übermacht gehabt und verloren dieser blöde jaguar krieger die sind immer schwer so auch was okay die kann ich auch schon spielen zwei ja gebe ich noch mehr rein hier aber der sieht ja nicht so aus als ob er demnächst irgendwas schafft ach so zwei habe ich jetzt noch die kann ich auch noch spielen so die wird besiegt naja der wird stärker ja das nütze kann ich nicht kann ich gar nicht angreifen als den an der kann nur ein machen so mit der greife ich hier an und hier aber hat er nur noch fünf so ach so habe ich gar nichts mehr nehmen das geht gut ja aber auch noch mehr ja das war schlecht hat er direkt angegriffen kann ich die schon hier kann ich gar nicht spielen ich habe magie einer höhen da kann ich hier so einspielen ganz genau ach so kann ich auch noch machen so aber ich glaube doch ganz so krass ist jetzt nicht so der ist immun dagegen und tot die können beide nicht angreifen die kann ich angreifen aber die kann angreifen immun gegen vergeltung so ach die macht vier schaden okay jawohl der kann kann sich nicht rächen der wurde schon wieder stärker ja ja so gut ich will kann er denn noch spielen dann was da greift er in einer linie an okay so kann er kann er überhaupt noch was machen ach so ja so viele habe ich da gar nicht aber da ist es eine pflanze nähe jaguar krieger okay da kann er sich verteidigen ja so aber das macht sechs schaden kostet nur vier zack der greift an der greift an sieg wie lange hat das gedauert sechs minuten nur das ging ja viel zu schnell weiter habe ich oh habe ich geschafft ach so und jetzt müsste ich noch einen anderen helden haben ne habe ich nicht aber das reicht das zählt schon als gemacht ach dann muss ich die gar nicht beenden dann muss ich das einfach nur einmal schaffen okay so duell im dunkelwald jawohl da gehen wir gleich rein so es ist eure was die erste echte herausforderung die kropos kreaturen sind normalerweise schwer zu zerstören okay die begegnet werden sind immun gegen vergeltung oder körperlos auch die mehrere möglichkeiten schaden zu verfügen okay gucken ob ich das überhaupt schaffe oh 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 miesen und da so die todes feier die kennen wir ja aus dem tutorial so das ist doof aber ich habe aber ich nein gesagt habe kriegt dann krieg ich eine andere okay die kann ich schon spielen jawohl das war gut so was braucht die 21 kann ich in der nächsten runde spielen wunderbar so die kann gar nichts machen aber sie hat vier leben was 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 kann der immun gegen vergeltung ja wunderbar so drei jetzt habe ich zwei dann kann ich sowieso nur die machen die kann nicht angreifen so zwei bringt mir nix also ich habe sie nichts mehr okay die todesfee hat zwölf der sieht auch cool aus eigentlich immun gegen vergeltung ja toll so funktioniert die nicht so dass ich da ein drauf tun kann so was kann ich tun da brauche ich drei ich gehe mal hier noch einen hoch für welche die da kommen kostet drei kann ich nicht machen ach weil die nicht vorne stehen darf okay so das geht so der greift den schon mal an und aber ja der kann ich ich habe auch gar nichts mehr geht nicht okay was mit der karte hier ach so ach jeder nimmt eine zurück cool was was passiert da was ist das denn schwäche dauerhaft was okay das ist ja uncool so hier gehe ich mal hier einen hoch die schneefrau wunderbar hypnose und immun gegen vergälter so dann habe ich hier den geist kann ich auch spielen so ach das heißt dass ein freund online ist oder was okay aber das hilft mir gerade nicht so vier und zwar ach der kann gar nicht vergeltung machen ja wird gelaufen für ihn und sie soll noch immun ja kann kann sie nicht das ist ja doof das ist ja eine fiese karte okay ich dachte schon was deswegen alles gemacht so das kostet vier da brauche ich drei magie kann ich drei magie habe ich so vier das kostet vier vier ziehe zwei karten ach so hagelsturm geht nicht ich kann nur verschieben oder dann verschiebe ich die einfach hier hin dann ist das nicht so schlimm dann kann ich so eine andere karte spielen zieht zwei karten hier genau jetzt nur noch 25 ja ja zwei habe ich noch bis zur nächsten runde zwei ausgewählte gegnerstadt kreaturen können nicht angreifen die kostet drei kann ich nicht machen okay so da war der direkte angreif ne ich nicht beenden nutzt nix so die hat noch drei was ist das denn sieben namatau die namata impfession immer wenn diese kreatur einer kreatur angepasst verfügt zwei giftmarkierungen Einen Schaden für jede Marke. Das ist ja ein bisschen krass, ne? Das ist ein bisschen übertrieben. So, sechs habe ich. Die kostet fünf. Dann spiele ich die doch. Kann ich nicht? Ach nee, muss ich eine erhöhen? Genau. Spiele ich die hier hin? Wähle eine feindliche Kreatur. Warum? Überflügeln. Ach, kann ich die verschieben? Nee, will ich nicht. So, einen habe ich noch. Nützt mir nichts. Aber die ist immun gegen Vergeltung. So. Und dem nichts gebracht. Wunderbar. Hagelsturm. Na. Aber, boah, die sehen alle so krass aus von dem. Regeneration? Was? Das auch noch? Dann hatte ich schon acht und kann noch regenerieren. Auch Infektionen. Boah. Ach, Namatatou sind die. So heißen die. Okay. Geist. Ach so. Geist und Naga. Ah ja, okay. Ja, ja, so lernt man dazu. So, sieben habe ich jetzt. Gehe ich mal hier einen hoch. Zwei, zwei sind vier. Das sind denn mehr. So. Ich könnte den jetzt schon zerstören. Ja. Der ist zu gefährlich. Der ist auch gefährlich. Drei habe ich noch. Doch. So. Ausgewählte. Oh. Okay. Aber zurück auf die Hand? Ja. Das war schon mal gut. So, dann kann ich jetzt direkt angreifen. Einen habe ich nur noch. Ne, das nützt nichts. Oder? Zerstört die ausgewählte, verbindet der Kreatur, erhaltet die Hälfte. Ach so. Ne, das möchte ich nicht. Hagelsturm. Jeder kriegt einen. Ja, das ist... Nein, ich kann es nicht benutzen. Das kostet vier. Okay. So, die greifen schon mal an. Der geht auch kaputt. So, die kann ich. Der macht vier Schaden, ey. Was ist denn das für eine Monsterkarte mit blauer Schrift? Meine Herren. Noch so einer? Ne. Aber der kann nicht so viel. Aber trotzdem hat er Gift. Ist das nochmal ein Licht? Ja, der kann ich verteidigen. Das hier ist so ein komischer Asker. Ja, ja, ja. Der kann hinten hin. Eislabyrinth kann ich benutzen. Das ist gut. Ähm. Mach ich mal. So, die können nicht angreifen. Jetzt habe ich immer noch sechs. Hm. Tja, ja. Ach so, der macht aber keinen Schaden beim Verteidigen. Das kann ich machen. Hier kann ich auch schon mal angreifen. Und die ist immun gegen Vergeltung. Das geht. Wunderbar. Aber jetzt brauche ich da einen. Ich nehme einfach mal den hier. So. Wunderbar. Moment mal, ich habe noch vier. Habe ich mir irgendwas gedacht? Weiß ich nicht. Ich spiele nicht einfach den. Aber jetzt habe ich noch zwei. Okay. Oh. Habe ich nicht getan. Ich mache hier und jetzt so. So, jetzt beenden. So. Da spielt er schon wieder ein. Noch endlich. Boah. Hat er was vor? Was? Was? Hat er einen tollen Effekt? Wie hat er so viel Schaden gemacht? Oh ja. Zwei. Jeder kriegt zwei Schaden. Okay. Das kostet drei. Das kostet vier. Das ist gut. Ich ziehe mal noch eine Karte. Ich brauche da noch nicht mehr. So. Ach so. Ach, das kostet einen hier. Okay. Das sind zusammen aber acht. Das kann ich machen. Das sind sechs. Dann kann ich den damit platt machen. Okay. Dann setze ich den hier hin. Dann benutze ich. Na, da kriegt jeder zwei Schaden. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Doch, ich benutze ihn hier. Dann kann ich den zerstören. So, jetzt habe ich immer noch. Ne, jetzt habe ich nichts mehr. Immun gegen Vergeltung. Macht zwei Schaden. Vogel, der? Ne, der bringt nichts. Der macht vier Schaden hier. Und der macht zwei Schaden aber. Den kann ich nicht benutzen. Nein. Okay. Nützt nichts. Der muss weg. So. Der macht zwei Schaden. Der macht zwei Schaden. Und der? Weiß ich gar nicht, ob der sich rächen kann. Kann der sich rächen? Ich weiß es nicht. Ja. Da ist er tot. Okay. Hagelsturm bringt mir noch nichts. Okay. Ja, ja. Was? Ein Ghoul? Ne, ein Gast. Regeneration und Infektion. Regeneration ist ja auch fies. Ey, hat die auch. Ey, meine Herren. Was? So, und dann ziehe ich eine Karte. Das bringt mir nichts. Die mache ich auf alle Fälle. Jawohl. Den und den weg. So, jetzt kann ich noch sechs ausgeben. Kostet drei und die kostet, naja. So. Ach, der Lindvorm, genau. Der hat sieben. Das ist viel. Der, oh Mann. Dann packe ich den mal hier hin. Jetzt habe ich nur noch einen. Aber damit kann ich den besiegen. Wunderbar. Der arme Fuchs. Ne, ich kann nur den angreifen. Der Fuchs stirbt in der nächsten Runde. Aber dann kann ich mich wenigstens verteidigen noch. Ja. Meine Herren. Meine Herren. Mann, ich dachte, ich hätte fast gewonnen. Was? Was? Warum hat der so komischen Effekte? Zu Beginn einer Runde, dessen Helden ein Schaden zu... Was, dessen Helden? Wird der Kampfschaden zugefügt? Was? Wird der verzauberten Kreatur Kampfschaden zugefügt? Wird sie zerstört? Oh! Das ist ja doof. Ah, die könnte ich angreifen, aber es bringt mir erstmal nichts. Die Eisrüstung. So. Die kann ich beide setzen. Genau. Ist die Eisrüstung, dann kann ich ihn nicht bewegen. Ich ziehe meine Karte nach. Dreie. Kostet drei, dann ziehe ich eine Karte und kriege vier. Kann ich nicht machen. Warum nicht? Nein, weil mir einer fehlt. Der braucht mal drei für... Nein! Okay, was kann ich jetzt noch machen? Vier kann ich angreifen. Den? Kann der sich rächen? Ja, mit einem. Das ist nicht so schlimm. Nein, aber sie ist immun. Haha! Okay. So. Der macht drei Schaden, dann zerstört er den. Wunderbar. Aber der geht nächste Runde kaputt, ne? Oh, Mann. Okay. Der hat sich regeneriert, der ja. So. Der ist kaputt gegangen. Schade. Verschiebt seine Leute dahin? Was? Er hat seine eigenen Helden als Karte. Todesfee auf dem Schlachtwild erscheint, wird die... Was passiert denn? Die ausgewählte Feindkreatur zerstört. Oh, Mann. Okay, hier brauche ich dann schon einen. Aber was ist das? Ich habe ja gar nichts mehr auf dem Feld. Was? Was ist da denn los? Ja. Was ist das? Okay. Das nützt mir nix. Achso. Das geht ja nur auf eine Karte. Oh, Mann, ey. Jetzt habe ich nix mehr da. Ach, das hätte ich benutzen können, ne? Verliere ich jetzt schon? Nein. Nein. Das war knapp. Okay. Das war ja knapp. So, ich ziehe noch eine Karte nach. Okay, die Kareinpriesterin und der hier. Vier, aber... Wie soll ich denn so gewinnen jetzt? Was ist das hier? Jeder Spieler zieht eine Karte. Ja. Kann ich nicht machen. Achso. Überflügeln. Da kann ich... Oh, da kann ich eine verschieben. Cool. Ah, dann verschiebe ich... ...den nach hier. Dann reicht das vielleicht sogar. Oh, die kriegen mehr Vergeltungsschaden. Ja. Pack ich den mal hier hin. Nee. Das ist ein normaler Angriff. Okay. So, der Eispanzer kostet einen. Das ist auch gut. So. Nein, ich hab nur noch zwei. Oh, scheiße. Warum macht denn der so ein komisches Zeug? Da verliere ich doch gleich. Warum greift der nicht direkt an? Da kann er doch mich verlieren lassen. Das ist doch Blödsinn. Wieso? Wieso hat er das getan? Wieso hat er nicht angegriffen? Das ist die Schneefrau. Die sind beide jetzt blockiert. Der ist auch blockiert. Nein, der ist zerstört worden. Die ist immun gegen Vergeltung. Aber sie kann auch gar nicht angreifen. Ja, okay. Ja, toll. Leg eine Karte ab, dann zieh eine neue. So. So. Ich hab's einen Bogenschützen für. Ja. Ja. Hier hin. Kann man die verschieben? Bauwerk? Nee. Die bleibt da liegen. Okay. So, angreifen kann ich mit der, aber es nützt gar nichts. Ach, ich kann da eine Karte ziehen. Ja, nützt mir das was? Jo. Tatsache. So, die Schneefrau blockiert schon zwei. Das ist gut. Nein, aber der andere Typ kann angreifen. Das ist doof. Oh, der ist ja schon ein bisschen stärker hier. Das ist ja doof. Meine Herren. Ja. Verloren. Mann. Warum sind die alle so stark? Na ja, ich kaufe jetzt noch ein paar Karten. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Mit einem neuen Duell. Und dann geht's toch mal sowas. Ich stehe das in dem Tonto. Nein. Und dann geht's. Ja.